Der Lichtkörperprozess ist immer mehr auch in aller Munde, viele reden darüber und natürlich würde uns jetzt ganz stark interessieren, wie würdest du diesen denn für dich beschreiben, diesen Lichtkörperprozess, also was ist überhaupt der Lichtkörper? Ja, grundsätzlich ist es natürlich ein riesiger Kokon aus Licht, auch aus hochfrequentem Licht, aus göttlichem Licht, der spontan geweckt werden kann aus der geistigen Ebene, weil die Zeit reif ist. Bei mir war es so, dass ich den aktiv geöffnet habe, aktiv aktiviert habe und zwar geht es um den neuen Lichtkörper und die Idee des neuen Lichtkörpers ist es, dass du Strahlen der Göttlichkeit und des Erwachens in deine Aura einwebst. Das sind sehr stabile, permanente, hochfrequente Strahlen und die beginnen dann, dein Bewusstsein zu erweitern, beginnen all die Begrenzungen und Illusionen, die wir so tragen im menschlichen Leben, in der dritten Dimension, sichtbar zu machen, so dass du dann entscheiden kannst, uff, da hat es etwas, das begrenzt mich, das verändere ich oder ich behalte es. Diese Entscheidung ist natürlich jedem freigestellt. Und so beginnt sich die Zellfrequenz zu verändern, Erinnerungen, die in den Zellen da sind, werden wach, solche, die dich begrenzen, sodass sie angehoben werden in diesem Licht, Begrenzungen, die im Mentalkörper, im Emotionalkörper da sind, sodass eigentlich dein Raum im Physischen mit all diesen Körpern, die wir da tragen, dass der mehr und mehr zu einer Einheit wird, mit diesem hochfrequenten Licht der Göttlichkeit verbunden und deine Resonanz durch die Anhebung der Frequenz in der Welt eine andere wird. So beginnst du dann, dein Leben über Resonanz, über Frequenzen zu verändern. Ja, da sind ja von dir eben auch schon grundsätzliche göttliche Prinzipien und Gesetze angesprochen, also zum Beispiel das Gesetz, der Resonanz, also dass man das auch anzieht, was man aussendet. Und du sagtest eben ja auch schon zwischendrin, dass es die Zeit jetzt reif ist. Also hat das auch was mit der allgemeinen Schwingungserhöhung zu tun? Heißt das also, dass der Lichtkörperprozess erst jetzt in dieser Phase der Evolution für uns möglich wird? Ja, ich glaube, also so wie ich es wahrnehme, gibt es natürlich verschiedene Phasen oder Wellen vom Lichtkörperprozess. Und eine erste Welle war 1987 mit dieser astrologischen Konvergenz, die wir da hatten. Und in dieser ersten Phase ging es darum, dass die Lichtarbeiter, die für diesen Lichtkörperprozess, die am Erwachen sind, um die Veränderungen physisch einzuleiten, dass die zuerst ins Erwachen kamen. Das sind dann noch nicht die Menschheit, das Kollektiv gewesen. Und bei mir ging dieses Erwachen im 2004 los, eigentlich so in einer zweiten Welle. Und ja, ich durfte jetzt fast 20 Jahre diesen Lichtkörperprozess durchschreiten, ganz viele Schritte darin erleben, sodass ich jetzt wieder für viele Menschen im Kollektiv da sein kann und sie in ihrem Prozess begleiten kann. Und seit 2020 ist natürlich dieser Lichtkörperprozess eine kollektive Sache und findet planetar statt. Das können wir natürlich sehen durch die Pandemie, die stattgefunden hat, dass sich da alles, wirklich alles verändert. Und die Menschen werden erst jetzt langsam erkennen, dass viele Sachen, die sie vorher machen konnten, irgendwie jetzt gar nicht mehr so machen können. Weil natürlich in ihrem System Veränderungen stattfinden, die sie auf den Weg bringen, wo sie sich mehr dafür interessieren, ja, was mache ich hier eigentlich? Und für was bin ich da? Und was macht mir wirklich Freude? Nicht, dass das gerade alle betrifft, aber sukzessive werden ja immer mehr Menschen in diesen Prozess hineinbewegt. Entweder aktiv oder dann passiv. Wenn es passiv geschieht, ist es natürlich unangenehm. Und wer hier aktiv wird und auf die Suche geht, ja, der kann mitgestalten. Ja, aber was meinst du, wird aus einem passiven Geschubstwerden dann auch ein aktives Gehen und Freude daran entwickeln? Nicht automatisch? Nicht unbedingt automatisch, aber ich hoffe es für den Menschen. Ich hoffe es für ihn oder sie, dass sie dann da aktiver wird. Und es ist natürlich klar, je mehr Menschen immer wachend sind, je mehr Menschen sich auf diesem Weg, ob sie jetzt sehr spirituell sich orientieren oder nicht, spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Aber sie verhalten sich anders, sie bekommen ein anderes Bewusstsein, sie denken über Dinge anders, sie fühlen sich anders mit den Menschen, mit Situationen verbunden. Also da sind sehr viele unterschiedliche Bewegungen da, wo das Leben nicht mehr einfach so weitergeht in der Norm, wie wir das vor der Pandemie hatten. Und nur für den meisten Teil der Menschheit ist der Prozess im Moment eigentlich unbewusst. Also er hat schon begonnen bei ganz vielen, ohne dass sie es wissen, aber er führt letztendlich auch zum Erwachen und in die Transformation. Das ist also ja letztendlich wahrscheinlich auch unvermeidbar. Die Frage ist eben, ja wie so ein Wecker, ja, wenn der Wecker klingelt, der eine hört den R, der andere später und jeder steht dann auch zum anderen Zeitpunkt auf. Aber generell hat der Wecker für die Menschheit schon geklingelt, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Und weisst du, Transformation und die Entwicklung des Planeten geht nicht unbedingt nur in die Richtung, dass alle spirituell werden. Er geht in eine Richtung, wo sich einfach diese Welt, in der wir leben, vollständig in einer Veränderung ist. Diese Veränderung hat viele Perspektiven. Die eine ist die Technik, Digitalisierung, auch Gesundheit. Und im Moment geht es darum, dass die Menschheit entdeckt, wie können wir global die Probleme, die wir auf dem Planeten haben, lösen. Also ist das Ausdruck des Einssein und der Einheit, die vermehrt in der Menschheit stattfinden möchte. Und hinzu kommt, dass die Menschen über ihren Empfindungskörper spüren, ob etwas für sie stimmig ist und in die richtige Richtung geht, oder ob es für sie und ihren Weg nicht stimmig ist. Das ist so eine Ebene, die über diese göttlichen Teilchen gesteuert wird und über eine Empfindung, eine Ganzkörperwahrnehmung in den Menschen jetzt viel bewusster da ist. Und wenn sie es trotzdem nicht wahrhaben möchten, dann rebelliert der Körper. Ja, da sehen wir dann Symptome, die uns auffordern, eben zu handeln oder mal hinzuschauen oder uns das ins Bewusstsein letztendlich rufen. Und Bewusstsein scheint mir ja auch nochmal ein Schlüssel zu sein, wie du gerade sagtest, um diesen Lichtkörperprozess dann vielleicht auch aktiv zu unterstützen. Was kann ich denn da tun? Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich habe es bisher unbewusst gemacht, das heißt ja letztendlich, es startet eh schon und wenn ich dann in das Bewusstsein komme, kann ich das aktiv unterstützen.